Wo wir uns jetzt befinden ist der Backstage-Bereich, Backstage-Bereich für die Bands, also Good For Nothing in dem Fall und auch Excuse Me, Entschuldigung, Excuse Me Moses. Unser Bandmitglied, das noch fehlt, Nadi. Man merkt jetzt ganz deutlich, wir haben bereits Stress, also wir haben wirklich Stress und Adi ist dabei, sie umzuziehen und wir versuchen uns jetzt nur letztendlich, da kurz mal der Kamera bitte zu voll. Hallo, ich bin Iris, ich bin auch von CFN, neben mir sitzt der Müs, ein äußerst begabter junger Mann, der manchmal gerne über den Durst trinkt. Ja, ich muss an dieser Stelle erwähnen, ich bin immer sehr stolz auf die Burschen, dass sie wirklich im richtigen Moment seriös sein können. Also ich bin auch irrsinnig stolz auf die Iris, total. Mit welchem Engagement sie einfach dahinter ist und uns in unserer Unseriösität wiederum zum Ziel führt und zeigt, wo der Weg ist. Und letztendlich uns auf den rechten Weg bringt, immer dann, wenn wir abdriften. Bis zum nächsten Mal. Da, 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 da. Da, da! Untertitelung des ZDF, 2020